Der 890 von New Balance hat sich bereits eine große Fangemeinde erlaufen und in seiner vierten Version bekommt er einige Updates spendiert, die ihn noch weiter voranbringen. Er ist mit seinen knapp 240 Gramm ein leichter Trainingsschuh für alle Neutralläufer und funktioniert auf allen Streckenlängen und auch im Wettkampf. Im Obermaterial überzeugt er mit seiner Atmungsaktivität und der Phantom Fit-Technologie. Sie bietet einen störungsfreien Sitz mit direkter Passform. Der Aufbau des 890 ist flach, dynamisch und sportlich. Die auf 8 mm reduzierte Sprengung trägt dazu bei. Während das Absorb-Crashpad in der Ferse die Aufballkräfte verteilt und die Abrollbewegung einleitet, sorgt die Revlight Zwischensohle für die Dämpfung beim Laufen. Durch die Flexkerben wird der Schuh dynamisch und die Abrollbewegung vollzieht sich gleichmäßig von der Ferse bis zum Vorfuß. Der New Balance 890 V4 eignet sich für alle Neutralläufer, die einen komfortablen Schuh für Training und Wettkampf suchen. Wenn du jetzt mit dem New Balance auf die Laufstrecke möchtest, dann komm in deine Runners Point Filiale oder bestell ihn dir hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.